Moin ihr Lieben, heute in unserer Reihe mit der Krisenvorsorge das Thema Staatsfinanzen. Es ist ja so, der Staat braucht Geld, das war schon immer so, das hat er meist durch Steuern eingenommen, die werden dann erhoben und werden dann verteilt für das, was er an Aufgaben hat. Typischerweise wurden die Steuern eigentlich mal eingeführt, um so allgemeine Aufgaben zu machen, wie Straßenbau, dann die Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und andere Aufgaben hier so für die, wie heißt das, allgemeine Daseinsvorsorge. Inzwischen wurden die Steuern immer mehr zweckentfremdet, um da soziale Aufgaben mit zu erfüllen, also die diversen Subventionen, die diversen Förderprogramme und natürlich auch die ganzen Sozialausgaben für einerseits die Leute direkt, dass sie was zu essen haben und dann die Leute, die die, die nichts zu essen haben, betreuen. Und das Ganze ist ziemlich ausgeufert und ein Großteil des Staatshaushaltes wird inzwischen von den Sozialleistungen in Anspruch genommen. So, das Problem ist natürlich nur, dass immer weniger Leute überhaupt Steuern zahlen. So, und jetzt geht es natürlich, meist kommt dann immer die Sache, ja, aber ein Lehrer, der arbeitet doch und der zahlt auch Steuern. Stimmt, zahlt er auch. Aber diese Steuern sind eigentlich nur umverteiltes Geld. Also alle, die in einem steuerfinanzierten Beruf arbeiten, das sind ja Empfänger von Steuergeldern und nicht nicht Steuerzahler in dem Sinne. So, und wenn du jetzt siehst, dass, ich habe mal die Zahl gehört, so etwa 14 bis 15 Millionen sind in Berufen beschäftigt, die Netto-Steuerzahler sind. Das heißt, die also mehr Steuern einzahlen, als sie an Ausgaben vom Staat bekommen. So, das heißt also, diese 14 oder 15 Millionen arbeiten noch und erwirtschaften Geld, was dafür verwendet wird, die anderen von den 82 Millionen irgendwie zu alimentieren. Sei es, dass der Polizist sein Geld kriegt, sei es, dass der Hochschullehrer sein Geld kriegt, ja, und sei es aber auch, dass der Hartz-IV-er sein Geld kriegt und dass die Politiker-Diäten bezahlt werden. So, das hat alles bisher ganz gut funktioniert. Das einzige Problem ist jetzt, die Leute werden arbeitslos und in der Pandemie und wenn es dem Staat oder beziehungsweise dem Land schlecht geht, dann werden ja nicht als erstes irgendwie Gender-Beauftragte oder sowas entlassen, sondern es werden als erstes natürlich die entlassen, die etwas kosten und zwar von den privaten, ja, den privaten Arbeitgebern. Ja, wenn ich einen Laden habe und verkaufe nichts mehr, dann entlasse ich meine Mitarbeiter. Ganz einfach. Und diese Mitarbeiter, das sind die Leute, die Nettosteuerzahler sind. So, wenn jetzt ein ganz normaler Arbeiter stirbt, ja, dann zahlt er nicht mehr ein, fällt aber auf der anderen Seite den Sozialkassen nicht zur Last. So, wenn jetzt ein ganz normaler Arbeiter, der irgendwo was erwirtschaftet hat, wenn der jetzt arbeitslos wird, dann wird er nicht nur als Einzahler ausfallen, sondern auf der anderen Seite noch als Leistungsempfänger dazustoßen. Das heißt, jeder Arbeitnehmer, der arbeitslos wird und aufgrund der schlechten Wirtschaftslage, der wird als Leistungsempfänger auf der anderen Seite dazukommen und die Schere geht immer schneller auseinander. Das heißt, dieser Niedergang wird sich dramatisch beschleunigen. Und das hat natürlich Auswirkungen für die Sozialsysteme und für die Finanzen. Denn im Moment ist es so, da werden noch Schulden aufgenommen, als gäbe es kein Morgen. Ja, alleine wenn man überlegt, da werden 100 Milliarden Schulden aufgenommen und man nennt es Sondervermögen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also so viel Kreativität, da muss man schon Werbemensch sein, um sich das einfallen zu lassen. Ja, also ein Sondervermögen an Schulden. Ich gehe ja auch nicht zur Bank und sage, ich leihe mir eine Million und bin ein Millionär, sondern bin ein Schuldner. Aber gut, beim Staat scheint es anders zu funktionieren. So, es ist also so, jetzt die Leute, die den ganzen Karren ziehen, die das noch schultern, der Mittelstand, der blutet aus und die Sache beschleunigt sich, wie gesagt, nicht nur, dass der nichts einzahlen kann, sondern dass er auf der anderen Seite auch entsprechend zur Last fällt. So, was hat das jetzt für Auswirkungen für uns? Also ich habe im Studium vor 25 Jahren schon ausgerechnet mit meinen Kommilitonen zusammen, dass wir keine Rente mehr kriegen. Man kann also davon ausgehen, dass es keine Rente mehr gibt. Also muss man sich auf irgendwas anderes vorbereiten. Das ist natürlich eine Geschichte, ja, das möchte keiner so gerne. Hat die ganze Jahre eingezahlt und soll dann nichts rauskriegen? Ja gut, ist aber so. Ja, ich möchte auch vieles und kann das nicht, aber da muss man sich halt eben mit abfinden. So, das dauert natürlich eine Zeit, bis man das realisiert hat und dann umschwenkt. Also ich will jetzt keinem dazu raten, seine Altersversorgung aufzugeben. Ja, aber ich will jeden sensibilisieren, sich Gedanken zu machen, ob denn das Konzept, was er jetzt fährt, auch noch tragfähig ist, wenn wir Massenarbeitslosigkeit haben und daraufhin dann auch die Staatsfinanzen nicht mehr funktionieren. Denn irgendwann, und der Tag ist nicht fern, wird die Zeit kommen, da lassen sich die Staatsfinanzen nicht mehr durch höhere Einnahmen, also höhere Steuern sanieren, sondern nur noch über Ausgabenkürzungen und das wird dann schmerzhaft für alle. Insofern bereitet euch vor, denkt dran, Kanal abonnieren, immer schön gucken, denkt an mein Buch und guckt auch mal auf meine Seite. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.